Wunderschönen guten Morgen. Ich habe hier ein bisschen was Schickes, was Tolles für Nagelstylisten. Das ist jetzt nicht mein Metier. Ich kann schon aus beruflichen Gründen mit meinen Händen nicht punkten. Ich habe Arbeitshände und kann da auch Nageldesign mäßig nicht viel gut machen an meiner Haut. Und das würde jetzt ein bisschen albern bei mir aussehen, wenn ich Nagellack drauf hätte oder Nagegel oder was auch immer. Wenn ich das richtig schön gestylt hätte, würde es nicht zu mir passen. Das hier ist etwas, das meine Tochter verwendet. Die hat ein richtig voll ausgerüstetes Nagelstudio und betreibt das zwar Hobby mäßig, aber hat auch ein Diplom darauf und macht da richtig tolle Sachen. Und die hat sich das eben ausgesucht. Ein Basislack, ein Unterlack und ein Finishlack. Lack ist verkehrt. Ich weiß, das ist Gel und es steht auch ganz dick drauf. Das ist Gel und nicht Lack, aber ihr werdet mir hoffentlich verzeihen, weil das jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet ist und ich da wirklich nicht viel von verstehe. Ich kann es nur so notdürftig erklären. Das sind alles durchweg Gels, die sehr streichzart sind. Das kann man hier schon erkennen, dass sie sehr weich sind. Gut, abstreichen. Und der Duft ist bei diesen sehr intensiv, aber das trocknet ja wieder und dann ist der Duft auch weg. Und diese Sachen hier, die anderen beiden, der Mittel und der Finishlack, Finishgel, nicht Lackgel, ich muss noch trainieren. Gut, und das duftet nicht ganz so angenehm, aber ich weiß, dass da ganz tolle Effekte entstehen. Und von daher denke ich mal, der Geruch, der ist nebensächlich. Das ist, und die Hauptsache ist doch das Ergebnis, das man nachher hat. So, und das ist das Finish und auch sehr schön, sehr streichzart, sehr flüssig. Wunderbar. Finishgel. Ach Gott. Ja, gut, ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Ich finde es jedenfalls toll. 17,99 Euro, das macht pro Flasche etwa 6 Euro. Denke ich mal, ist ein guter Preis. Kann man akzeptieren. Und ansonsten gibt es weiter nichts dazu zu sagen, als dass ich euch einen wunderschönen Tag wünsche. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020